Das Gäscher-Chair um die Ablöse für den bei einem Flugzeugabsturz getöteten Emiliano Selle zwischen Cardiff City und dem FC Nantes geht weiter. Der walisische Premier League-Club will nach Aussagen seines Vorsitzenden Mehmet Dallmann vor einer Zahlung der vereinbarten Transfersumme von 17 Millionen Euro an den französischen Erstligisten noch weiter den Sachverhalt und rechtliche Fragen klären. Wer wir vertraglich zur Zahlung verpflichtet sind, werden wir zahlen. Wir sind ein Ehrenwerterverein. Aber wenn wir nicht dazu verpflichtet sind, und es gibt einige Besonderheiten, wird man von mir als Hüter der Vereinsinteressen erwarten, die Lage genauer zu betrachten. Das ist, was wir wir momentan machen, sagte Dallmann der englischen BBC. Selle war im Januar nach der Besiegelung seines Wechsels von Nantes nach Cardiff beim Absturz des Flugzeugs auf dem Weg von Frankreich zu seinem neuen Club ums Leben gekommen. Schon vor der Bergung und Identifizierung des 28 Jahre alt gewordenen Argentiniers in der vergangenen Woche hatte Nantes durchblicken lassen, auf Zahlung der vollen Ablöse pochen zu wollen, sowie die Prüfung von Möglichkeiten zur Zwangseintreibung der Transfersumme und Einschaltung des Weltverbandes FIFA angekündigt. Dallmann bestätigte nunmehr auch bereits den Eingang einer ersten Zahlungsaufforderung durch die Franzosen. Wir sind mit dem Vorgang angesichts der außergewöhnlichen Ereignisses und der tragischen Umstände nicht einverstanden. Punkt. Wir bitten einfach um Verständnis, dass noch viele Fragen beantwortet werden müssen, sagte Cardiffs Vereinschef dazu weiter. Punkt. 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 Punkt.